hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde trackmania 2 stadium nach dem letzten ich nenne ihn jetzt einfach mal liebevoll chaos part habe ich jetzt den server gewechselt befinde ich mich mal wieder auf games und stadium muss sagen ich habe vorhin jetzt eine strecke hier zum zum warm werden gespielt macht es ja immer so dass ich ja im grunde nur komplette runden aufnehmen und die lief noch irgendwie eineinhalb minuten und da hat mir gedacht lässt es mal bleiben nimmst erst nimmst erst diese runde hier auf und war so ein verkappte fullspeed strecke wenn ich dann vierter geworden da habe ich dann gesehen ich glaube die strecken hier liegen mir eher wenn jetzt auch hier der anfang ein bisschen merkwürdig ist also jetzt merkwürdig nicht im sinne von ja die strecke ist komisch konzipiert sondern erstmal reinkommen hier nicht so oft in die wandel klatschen man bis hierhin saß ja vorhin auch recht gut aus so hier oben war den war right mit nicht so mitnehmen würde ich eher sagen sollen durchfahren ja das war so ein bisschen zu früh eingelenkt sollte falschen kurvenradius gewählt das sieht dann schon etwas besser aus hier na da hätte ich durchziehen müssen habe gedacht ich treffe innen die bande und habe deswegen die lenkung mal kurzzeitig wieder aufgemacht war vielleicht ein bisschen naja blöd in dem sinne so vorsichtshalber mal etwas sicher bis wir eine runde auf sicherheit fahren vollgas kann man später immer noch geben so hier haben wir noch einen schönen kleinen looping und hier dann das ziel 10 ok jetzt können wir daran arbeiten die zeit zu verbessern sollte das denn irgendwie möglich sein bin ja vorhin zwei drei mal so ein bisschen vom gas runter gegangen weil ich gedacht habe ich pack die kurve sonst nicht so das sieht schon mal besser aus und ab hier ist die strecke auch nicht mehr wirklich kompliziert looping zwei kurven und das war's eine kurve zwei kurven ja eine sekunde verbessert immer noch auf platz 10 28 7 8 8 fährt die spitze ich fahr hier eine 30er zeit denke mal da ist nach oben noch ein bisschen luft natürlich nicht so lalala das war etwas weite linie in der kurve gleich in der roten zeit erkennbar schade habe ich die kurve endlich mal vernünftig gekriegt und dann sowas so nicht großartig lenken hier nein denke mal das wäre eine sekunde besser gewesen und dann an so kleinen pille palle kurven feuere ich die ganze zeit dann weg das darf doch nicht wahr sein so mal ein bisschen konzentrieren hier und ja eine sekunde besser 29 3 8 damit jetzt immer noch zehnter platz aber etwas näher an die spitze ran gerückt denke mal wenn ich jetzt zwei drei kleine fehler noch ausmerzen kann dann wird die zeit noch besser fehler ausmerzen nicht fehler reinbauen so okay sind sowieso nur noch 14 sekunden glaube da werde ich die jetzt nicht unbedingt mehr schaffen da müsste ich dann quasi schon zehn sekunden schneller als fahren als der der die mania record ich glaube das ist ein bisschen unrealistisch so zehn der elfter platz jetzt bin dann noch leicht abgerutscht look ball hat mich noch überholt aber ich sag mal so 28 7 8 zu 29 keine ahnung was ist jetzt nicht unbedingt so schlimm so darf ich die strecke noch bewerten da habe ich jetzt gerade nicht daran gedacht ich hatte mich einen kleinen moment zurückgelehnt und wollte eigentlich die strecke noch bewerten so neue strecke neues lied gefällt mir super nochmal loslegen hier ich weiß gar nicht irgendwie kommt mir die auch so ein kleines bisschen bekannt vor mag aber auch einfach darin liegen ich habe ja schon doch ein paar mehr trackmania strecken gesehen ist jetzt nicht so dass ich nur für zwar nur während der aufnahmen spiele also ich habe schon sehr viel trackmania gespielt in meinem leben am meisten halt am meisten halt am meisten halt nations forever ich glaube wenn ich da meine ganzen spielstunden mal zusammen rechnen würde käme ich auch deutlich ja denke mal so um die was mögt es sein also ich spiele halt zwei stadiums jetzt schon fast 100 stunden also jedenfalls zeigt steam mir 100 stunden an um den dreh und nations forever habe ich keine ahnung ich und wenn ich jetzt tippen müsste so 700 bis 800 stunden gespielt innerhalb von ja ich weiß gar nicht wie lange was habe ich damit angefangen 2000 und 7 oder irgendwie so auch eher durch zufall weiß ich ob du das schon mal erzählt habt wir hatten ich habe damals in einem studentenwohnheim gewohnt und irgendjemand kam auch die idee lass doch mal einen trackmania cup machen ich so was ist das hat er mir das spiel gezeigt ähm und ja ich glaube ich bin dem turnier dann als blutiger trackmania anfänger vierter von zehn geworden und ähm wie gesagt insgesamt wenn ich denke mal zwischen 700 und 1000 stunden habe ich wohl trackmania insgesamt schon gespielt und da kommen einem halt sehr sehr viele strecken auch ähm sagen wir mal laufen einem über den weg wie man schon in der einen oder anderen variante irgendwo anders äh gesehen hat oder in nations forever schon mal gespielt und äh die strecke ist mir jetzt aber doch eigentlich also der der start kommt bekannt vor aber der rest der strecke ist für mich doch neu so gut das war vielleicht ein bisschen viel gedrifte aber eine halbe sekunde gewonnen so lässt sich auch sehr flüssig fahren muss ich sagen einzige ist halt dass man nicht unbedingt äh bei diesem kurvengeschlänge die wand treffen sollte liegen wir dann jetzt zeitlich 2885 zu 2785 also fast genau eine sekunde langsamer weiß ich nicht ob da noch irgendwo eine äh die tausendzylinder steht die kann ich ja leider so nicht aus dem stehgreif sehen aber ich sag mal eine sekunde die verliere ich wahrscheinlich hier irgendwo weil doch schon ähm dieses driften extrem zeit kostet oder es gibt hier wieder irgendwo eine möglichkeit sag ich mal ein bisschen was äh gut zu machen an zeit so ja da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen was gewonnen dadurch dass ich den drift äh ja nicht so lang gezogen habe 0,22 ja 18. zeit etwas besser äh geworden und an die ja an die spitze ran gerückt aber auch an der spitze geht das geht das sehr eng zu wenn man mal guckt 8 äh 2785 zu 2786 zu 2789 also das ist schon knapp an der spitze würde ich mal behaupten so hier jetzt irgendwie dran vorbeizirkeln na ein bisschen zeit werde ich da verloren haben na ungefähr zwei zehntel das einfach nur weil ich ja ein bisschen ins trudeln gekommen bin ja das war zu weit außen angefahren also am besten wäre es eigentlich wenn man wenn man auf diesem grasstück den wagen schon so hinstellt dass man die kurve ohne drift ähm ja in einer tour durchfahren kann so da habe ich den drift jetzt auch wieder etwas länger gezogen aber dann äh anscheinend nicht so viel geschwindigkeit verloren na das war zu eng schade also die zeit wäre wahrscheinlich ja ich würde mal sagen zu 99% äh schön blau geworden ich denke mal dass ich dann irgendwo im bereich äh ja 28 5 oder so gelandet wäre also nicht nicht ganz vorne ins tableau rein sondern äh sagen wir noch ein paar plätze nach vorne gekommen wäre ähm hat halt einfach nicht sein sollen noch mal snickers 36 hatte ich den nicht letztens schon mal irgendwo in einem video drin irgendwie kommt mir der name bekannt vor als schweizer so hier hat irgendjemand zu viel lsd eingeschmissen bei der streckeneinführung so current map karma minus 9 äh 35 plus zu 44 minus ähm netter beginn muss ich mal sagen so wo geht das denn jetzt hier weiter uah auf jeden Fall da nicht so fahren wir die strecke einfach mal so eben weiter nur dass man mal ein bisschen gefühl dafür kriegt das mache ich ja fast immer so dass ich die erste runde einfach nur mal gucke wie sieht die strecke aus kenne ich die vielleicht gibt es da irgendwo einen Trick den ich schon kenne oder ähm irgendwie so in der richtung die strecke ist mir jetzt eigentlich auch vollkommen unbekannt so hier muss man anscheinend drüber sind ja vorhin viele rechts und links dran vorbeigeflogen so hier früh genug runterziehen sehr schön auch diese strecke ist an sich wieder nicht kompliziert so sollte eigentlich ja sechste zeit mit 29 1 8 zu 28 5 9 da hat er wahrscheinlich irgendwie den den äh looping da besser hingekriegt hier wüsste ich jetzt auch keine andere möglichkeit es sei denn man macht es eventuell so da habe ich noch ein bisschen mehr äh von dem Speedpad mit mitbekommen und auch gleich äh etwas mit Zeit gewonnen so das ist 28 7 4 das war 28 2 4 also eine halbe Sekunde hinterm ersten das ist ja schon mal kein schlechter Wert wie gesagt ich versuche einfach mal hier ein bisschen mehr von dem Speedpad mitzunehmen gut dann ein bisschen zu früh runtergezogen ich weiß dass ich ein bisschen zu oft ein bisschen sage ähm aber es kommt im Eifer des Gefechts halt mal vor ich versuche ja immer so ein äh ja mich aufs Rennen zu konzentrieren aber ich muss ja auch irgendwas sagen sonst ist es ja für euch auch ein bisschen langweilig da war das Wort schon wieder ne wenn ich äh einfach so für mich fahre kann kann ich mich halt ein bisschen äh schon wieder geringfügig äh mehr auf das Rennen konzentrieren und ähm aber so habe ich da jetzt auch keine Schmerzen bei gut da habe ich jetzt äh ein bisschen Zeit verloren wollte ich gerade sagen aber dann auch gleich die ganze Runde weggeschmissen so aber die scheinen hier alle gleich aufzukommen also nicht irgendwie dass es da einen Trick gibt dann zu einem gewissen Zeitpunkt das Gas wegzunehmen also ein Zentimeter zu früh runter ja manchmal gibt es das ja dass man ähm durch gezielte Gaswegnahme dann den Drehwinkel irgendwie positiv beeinflussen kann aber das scheint hier nicht zu funktionieren habe ich euch gerade eben gezeigt ich habe da kurz in der Luft äh das Gas gelupft aber anscheinend muss man hier wirklich Vollgas durchhämmern dass man vernünftig aufkommt so das sah schon ehemlich besser aus wenn auch wieder leicht rot so ja quasi die Zeit wiederholt bei 6.000 kann man jetzt bei 6.000 ich glaube 1.000 waren es da kann man jetzt nicht unbedingt davon sprechen dass man äh na 6 waren doch 1.000 nicht 1.000 aber auch das finde ich jetzt nicht noch im Rahmen dessen was äh was ich verstehen kann ja da habe ich jetzt da doch da habe ich die Bande touchiert ich war mir nicht sicher bin deswegen erstmal weitergefahren so wenn ich Glück habe kriege ich noch eine einmal die ähm das Ziel zu Gesicht die ich jetzt knapp unter 29 Sekunden die ich äh brauchen darf so 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 komm wird das noch nicht leicht jawoll ja noch mal eine Zeit ein bisschen verbessert am 28 3 äh 6 3 damit 0,6 Sekunden hinter Nureman gefolgt von Didier Buddha und da haben wir auch den Snicker 36 wieder also Moment wo kam das denn jetzt auf einmal her ich sag mal erste Tableau Seite finde ich jetzt schon nicht schlecht da sind etliche Leute bei die das erheblich besser können als ich so meine Stats Rank ja schade konnte ich nicht mehr lesen aber ich glaube ein Sieg und drei Rekorde oder irgendwie sowas wenn ich das richtig äh interpretiert hab so hier wieder versuchen mit möglichst wenig Gedrifte hier durchzukommen wir haben die ersten schon den Checkpoint verpasst und das hier muss man wohl nur noch drinnen aaa aua das ist ja doof blöde Wand ich wollte gerade sagen wir haben die ersten schon die Checkpoints verpasst aber anscheinend drehen wir uns hier quasi mit dem mit der Streckenführung nach oben wenn ich das da oben richtig interpretieren kann dass wir hier gleich noch irgendwie nach oben müssen mir an der Stelle die ich vorhin verkackt hab jetzt etwas besser genommen so aaa da musste ich die Lenkung mal eben kurz aufmachen sonst hätte ich wäre ich da voll am Checkpoint vorbeigeschossen so zuerst mal eine Zeit auf Sicherheit äh 39 5 9 zu 34 0 3 1 liegt aber auch viel daran dass ich ähm wirklich die eine Kurve vollends versaut hab so spielen wir hier mal ein bisschen mit den Driftwinkeln so hier kamen dann glaube ich gerade gleich die Stelle die ich versaut hab so ja vier Sekunden besser geworden also 3,99 jetzt bei einer 35 6 0 und schreibt und schreibt einer Map could be called Parking Garage ja da ist was dran also obwohl so ein Parkhaus fahren ist doch eine Kunst oder nicht dass man wirklich hier die ganze Zeit so kreuz und quer durch die Gegend hammert gibt glaube ich äh genau dieses Falcon Drift Team oder wie das heißt die machen das ja öfter mal dass die solche Späße in Parkhäusern veranstalten aber die Jungs die haben das auch wirklich drauf also das ist nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen die fahren das ganze dann mit äh BMW E30 und ich weiß nicht ich glaube Nissan Skyline haben sie noch dabei wow und die haben wirklich Fahrzeugbeherrschung äh da kann man sich nur vor niederknien und sagen geil das sind so Sachen so möchte ich auch fahren können meine so ein bisschen was an Driving Skills hab ich ja aber äh wirklich so mit Gas und Bremse zu spielen und zwar auch mit der Kupplung zu spielen äh das ist schon die hohe Kunst sagen wir es mal so wie sagte Walter Römer so schön äh wer und zwar richtig gute Fahrer erkennt man an den Flügen an der Seitenscheibe sprich äh wer sein Auto quer beherrscht ähm der hat schon sehr sehr viel geschickt und können da hätte ich jetzt beinahe den letzten Checkpoint verpasst hab gedacht da wär schon das Ziel hab ich doch noch mal eben knapp eine Sekunde gekostet ne aber das ist so ein Spruch äh den würde ich definitiv unterschreiben das ist genauso wie ähm beim Fahren was noch bei die äh Emots ne was ist er noch genau bei der Beschleunigung müssen die müssen die Tränen der Emotionen äh wage ne horizontal vom Auge wegfließen oder irgendwie sowas auch ein Spruch den Walter Römer irgendwann gebracht hat weiß eigentlich nicht mehr genau wann und in welchem Zusammenhang so Sekunde verbessert auf 34,5,1 damit ne Sekunde hinter dem ersten wieder ein Nirrmann wenn man das so richtig ausspricht aber das ist ne Strecke die gefällt mir ich möchte jetzt eigentlich nicht beigehen und das ganze Ding äh für Replay ein ja in die Warteschlange einmorden hätte ich jetzt beinahe gesagt ich glaube die meiste Zeit verliere ich wirklich auf diesem Stück nach oben na oder so na komm komm da raus danke so ja vorne ja mit Nirrmann und doch relativ weiter hinter äh Snickers sind da doch schon die Herrschaften an der Spitze die das in bei den letzten Rennen auch waren nächste Strecke mal schauen ok man kann geradeaus durchfeuern so wie das aussieht dann wollen wir das einfach mal tun Abfahrt wow haben sie mal wieder mit der Kameraperspektive gespielt so wann darf ich wieder danke so ein bisschen Reifen quietschen ist ok da hätte ich vielleicht ein bisschen besser gucken sollen ich habe nämlich im letzten Moment gedacht so hm glaube ich muss unten rum dabei hätte ich wahrscheinlich oben lang gemusst ja genau ich fahre einfach mal im Checkpoint vorbei passt schon ach ja so die ersten sind im Ziel mit 32er Zeiten 33er Zeiten eigentlich mit 34er Zeiten ich habe das Ziel noch nicht mal gesehen und ich denke mal 34er Zeit ist realistisch was zur Hölle ich meine so kann man das auch machen einfach mal den den Looping auslassen aber ich glaube das ist nicht so ganz vorgesehen hat auch tierisch hat auch tierisch Zeit gekostet also eine 40 damit bin ich überhaupt nicht zufrieden da geht noch erheblich mehr ich glaube ja ich denke mal ich werde mich so im 33 34er Bereich einpendeln würde ich jetzt einfach mal behaupten muss halt nur gucken dass ich hier ein bisschen früher aus der Stallwand wieder rauskomme na toll das wäre eine 33 irgendwas geworden wahrscheinlich eine 33 2 aber da war die letzte Kurve etwas so optimistisch dafür weiß ich jetzt wie ich den wie ich den Wallride fahren muss so ist relativ früh wieder runter hier schön charmant durch hier vielleicht ein bisschen vom Gas gehen dass ich nicht wieder da irgendwo gegen haue 32,65 damit die Goldmedaille auch der Strecke gewonnen 31,07,8 hat der erste dann wollen wir erstmal angucken ob wir da irgendwie hinkriegen dass da vorne ein 1 steht also jetzt nicht 12 Sekunden oder so sondern 31er Zeit ich denke mal ich habe in Wallride vorhin so einen kleinen Fehler gemacht aber der sollte auch was war das denn wieso ist denn da jetzt das Heck abgehauen war trotzdem noch eine 31er Zeit gefahren das habe ich jetzt nicht ganz verstanden warum du da auf einmal hinten so nervös wohl auf der hinterachse hätte mir beinahe den Looping versaut das war scheiße so eine Art Schutzmechanismus dass man nicht allzu weit runterzieht nach dem Wallride ja doch nach dem Wallride war es ah ok da war noch so eine dämliche ähm sag schnell eine Bodenwelle drin die hat mich gerade ein bisschen verwirrt new player alt F4 vor Boost das ist auch eine schöne schöne Maßnahme so nach dem Motto bei Super Mario springt man einen Abgrund dauerlich noch Leben so nochmal die Zeit etwas verbessert damit Elfter wenn ich Glück habe komme ich jetzt noch einmal ins Ziel vielleicht kriege ich es ja sogar noch hin Zehnter zu werden also unter die Top Ten zu kommen na 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 wow Fünfter sogar ich bin stolz 31 1 9 damit wirklich auf den fünften Platz vorgerückt und das Rennen ist auch vorbei zwar keine Punkte gekriegt aber ein fünfter Platz ist immerhin auch mal nicht verkehrt hinter den dreien die sowieso immer die ersten drei irgendwie immer die ersten Plätze unter sich ausmachen könnte man so quasi behaupten best of the rest so eine Strecke gebe ich mir jetzt noch muss das ja auch noch alles fertig rendern ich habe ja so ein bisschen ich weiß nicht ob es ja wahrscheinlich werdet ihr es mitgekriegt haben dass ich den Jackmania Upload ja so ein bisschen umgestellt habe ich habe ja mal irgendwann gesagt jede Woche eine Folge so ungefähr und habe mir jetzt gedacht wenn ich es hinkriegen sollte also sonntags wird wohl jede Woche ein Part kommen und vielleicht kriege ich es dann ja sogar noch hin irgendwie einen entweder Mittwoch oder Donnerstag fertig zu kriegen das ist aber nicht unbedingt jede Woche gesagt aber ich gebe mir Mühe den Sonntagsteil dann wirklich zu veröffentlichen also nicht böse sein wenn man unter der Woche kein Part kommt ich gebe mein aller allerbestes aber man kennt das ja man nimmt sich so viele Sachen vor und dann ja kommt man irgendwie nicht dazu und dann kommt da noch was zwischen und hier noch was dazwischen und ja dementsprechend ich versuche mein bestes in der Woche auch noch was rauszubringen aber kann es halt nicht immer garantieren dementsprechend den Sonntagsteil versuche ich wirklich so gut wie möglich zu veröffentlichen und guck mal aus Live Ranking ich habe die schnellste Zeit gefahren denke mal aber die wird nicht allzu lange halten würde mich jedenfalls wundern wenn es so sein sollte dass ich hier zum Abschluss die Strecke auch noch gewinne also das wäre dann schon sehr optimistisch so so noch mal 1,4 Sekunden knapp verbessert kann ich versuchen alle den diesen komischen Looping zu umgehen wenn ich das richtig interpretiert habe gerade ich kann es ja auch mal versuchen ich habe eine vernünftige Zeit gesetzt dementsprechend ja muss das jetzt nicht unbedingt auf Sicherheit gehen hier an dieser Stelle ok bringt 1,8 Sekunden aber was heißt denn Hard SC Hard Side Cut oder irgendwie sowas keine Ahnung so da kommen jetzt auch die ersten ja doch relativ nahe ich werde das Ding jetzt aber auf normale Weise zu Ende fahren da haben wir auch schon der erste überholt der zweite überholt ich gehe auch mal davon aus dass das nicht die einzigen bleiben werden das ist auch ein bisschen schade wenn man wenn man so lange führt und dann zum Ende hin ja noch einen verwemsten kriegt so da bin ich jetzt ein bisschen schneller gewesen als meine eigene persönliche Bestzeit da bin ich jetzt langsamer muss ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen abgerutscht da beschwert sich gerade irgendjemand über den zweiten Looping na schade da geht er nicht mehr rum Minute habe ich noch denke mal ja zwei Versuche könnte ich noch hinkriegen okay einen noch so aber komischerweise die Zeit im Checkpoint 6 ist immer noch meine also den letzten letzten Checkpoint habe ich jetzt wo ich sage kommt Snickers mir natürlich in die Quere und das war jetzt na Fehler würde ich jetzt nicht sagen die Zeit war sowieso beschissen aber jetzt kann ich wirklich nur noch nach vorne kommen wenn ich hier irgendwie eine 28er Zeit fahre sehr schön da hat er dann beim Aufsetzen wieder Geschwindigkeit verloren und da geht er ab schade drum ja ich hoffe trotzdem Spaß bei diesem ganzen Teil also der lief erheblich besser als der letzte Teil und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal ciao ciao